bauen zum beispiel ein beet oder so oder einen garten anlegen glaubt wir sollten lieber reingehen bevor wir noch ungebetenen tür aufgelassen besuch kriegen so gucken wo ist die treppe ist so gehen wir mal nach oben 40 holz fünf treppenstufen die brauchen wir jetzt nicht brauchen wir jetzt nicht so dann gehen wir noch so es ist nacht ihr seht und wir gehen mal nach unten da fehlt eine leiter eine leiter fehlt wir haben wir unseren kraft damit brauchen praktisch denn nicht immer runterlaufen können wir ja hinstellen hier da so was brauchen wir das geht nicht aber wir können die ja verwerten so gucken stehe wir brauchen wir damit wir auch wieder eine leiter machen können und sowas so könnte ich wieder da rein machen können wir ein paar leitern herstellen ach quatsch da rein ein paar leitern herstellen so gucken wir jetzt auch nicht mehr kommt denn wieder dahin so da kommt dann noch der leiter ran so da kommt dann noch der leiter ran so sind wir hier in dem gewölbe mal gucken mal gucken da noch leiter ran können wir das mal weg machen oh können wir noch da ein leiter ranzimmern Ahora dann können wir hier noch praktisch zum lochen setzen und dann noch unser leiter anbasteln so kommen wir dann von hier ganz nach oben hier machen das lassen wir erstmal so und können praktisch hier jetzt noch weiter bauen und ausbauen so kommt das noch weg spinn so können wir denn ja irgendwann mal alles kleiden hier können wir können wir noch machen wir das dann kann man noch eine tür eingebaut werden haben wir hier noch einen raum da kann auch noch ein block wieder rein das kann auch alles weg haben wir hier noch einen raum können eine tür reinbasteln irgendwann mal und oder einen garten anlegen hier ist unser gang kann man hier noch viel ausbauen können wir eine fackel anbringen zum ausleuchten welche licht haben sooo das wäre das da unten noch eine fackel ran wird wir auch sehen was wir hier machen kann dann eine fackel ran gebastelt werden nach hier kann man ja das hier praktisch zu machen das ringe draußen also brauchen wir da nicht mehr hin da unten jetzt schlecht scheiße geworden achso eigentlich könnte ich ja noch tiefer gehen aber hier hängen wir dann wieder ein paar fackeln rein wer licht haben und hier irgendwas bauen beziehungsweise anbauen können kommt denn hier in der tür oder sowas rein dann kann der klotz nämlich auch weg so dass was anderes das ist was anderes anderes aber hier können wir praktisch gehen wir wieder mal nach oben können auch weg nehmen wir wieder mit nehmen wir wieder mit so dann basteln wir hier noch bisschen weiter kann das noch weg und draußen regnet es wie ihr hört soo hier können wir praktisch mit treppenstecken wuffe und die klötze noch weg also können wir auch irgendwas hin basteln also können das hier alles weg also können wir das hier alles weg also können wir das hier alles weg und noch ein zimmer ach legen wir hier ein paar treppenstufen hin wozu haben wir dinger denn wozu haben wir dinger denn soo kommen wir hier noch da noch ein treppenstufen hin können wir mal gucken was da draußen los ist das regnet kann man nichts machen kann man nichts machen Tür wieder zu soo hier haben wir unsere kisten wir wollen auch noch ein paar kisten bauen nominal das är eine